So Leute, Bitcoin hatte einen Pullback und wird gerade vom Rand meiner Orangenbox oben gehalten. Wir haben sogar in diesem Moment einen kleinen schönen grünen Bounce. Die große Frage, die sich jetzt allerdings stellt ist, wird sich dieser Bounce weiter nach oben fortsetzen können? Oder aber brechen wir durch die Orangenbox nach unten durch? Und falls ja, welche Preisziele haben wir dann nach unten hin abzuarbeiten? Im heutigen Video werden wir über all diese Sachen sprechen. Ich zeige euch, was ich denke, was für die Märkte passieren wird. Und zwar sprechen wir hierbei nicht nur über alles am Kryptomarkt, sondern natürlich auch über die traditionellen Märkte. Wir haben nämlich einige ziemlich wichtige Ereignisse, die auch einen riesen Einfluss auf die Kryptomärkte haben werden. Und genau aus diesem Grund schaut auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende rein. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Auf dem 4-Stunden-Chart kann man nämlich sehen, dass wir gestern einen ziemlich großen Pullback gehabt haben. Und in der Tag, der Pullback, den wir gesehen haben, der hat uns wieder bis nach ganz unten zur Orangenbox gebracht, was der Hauptpunkt der Unterstützung gewesen ist. Schaut mal, diese Orangenlinie hier hat versucht, den Bitcoin-Preis oben zu halten. Das ist uns nicht gelungen. Wir sind nach unten durchgebrochen. Und jetzt gerade befinden wir uns innerhalb der Orangenbox. Aber warum sehen wir denn überhaupt diesen Pullback für Bitcoin? Waren die Daten, die gestern veröffentlicht wurden, so schlecht? Nicht wirklich, weil die Inflation beginnt tatsächlich nach unten zu gehen. Und die Erwartung war, dass die Inflation im Jahresvergleich bei 3% liegen würde. Aber tatsächlich sind wir sogar unter diesen Wert gefallen. Die CPI-Inflationsrate von Juni fällt also auf 2,9% unter den Erwartungen von 3%. Die Kerninflation fiel auf 3,2%. Was sie in Erwartungen entsprochen hat, das ist der erste Monat mit einer CPI-Inflation von unter 3% seit März 2021. Also die Inflationsdaten, die hereingekommen sind, also die veröffentlicht worden sind, die waren eigentlich ziemlich positiv. Also warum ist Bitcoin nach unten gegangen? Naja, wenn ihr euch mal anschaut, wann diese Daten veröffentlicht wurden, kann man sehen, die traditionellen Märkte. Die pinke Linie. Die traditionellen Märkte sind nach oben gegangen, Bitcoin allerdings ist nach unten gegangen. Es waren also andere Kräfte am Werk, die Bitcoin nach unten gedrückt haben. Und zwar eben nicht nur diese wirtschaftlichen Daten, zumindest in diesem speziellen Fall. Irgendetwas hat also den Bitcoin-Preis nach unten gedrückt. Weil natürlich klar, die traditionellen Märkte sind nach oben gegangen, während Bitcoin nach unten gegangen ist. So sieht die Realität der Situation aus. Ich glaube allerdings immer noch, dass Bitcoin früher oder später aufholen wird. Aber ja, ich muss gestehen, es dauert bis jetzt schon eine ganze Weile, bis Bitcoin es schaffen kann, die traditionellen Märkte wieder outzuperformen. Ich glaube allerdings trotzdem, es ist lediglich eine Frage der Zeit. So sieht es allerdings momentan aus. Bitcoin ist nach unten gegangen, die traditionellen Märkte sind sogar nach oben gegangen. Wenn wir uns jetzt nochmal einige andere Charts anschauen. Wir haben uns ja über diese Trendlinie auf dem 4-Stunden-Chart unterhalten. Da sind wir mittlerweile nach unten durchgebrochen. Und natürlich ist das ein bärisches Zeichen, weil wir haben diese Trendlinie eigentlich seit dem 5. August gehabt. Da sind wir jetzt nach unten durchgebrochen. Und wenn wir uns mal den 2-Tage-Chart anschauen. Dieses riesige Konsolidierungspattern, in dem wir uns befunden haben. Da sind wir jetzt immer noch irgendwo in der Mitte. Wir haben immer noch das große Unterstützungslevel bei 53.000 Dollar und den großen Widerstand bei 67.000 Dollar. So sieht also auf jeden Fall der Chart aus für Bitcoin. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob diese orangenen Box halten kann. Und was ich jetzt persönlich mache. Ich persönlich werde hier an dieser Stelle eine Position für Bitcoin aufbauen. Ich werde also ein bisschen hier machen. Und sollte diese Position nicht halten können, dann werde ich definitiv hier noch einmal und dann hier noch einmal weitere Positionen eröffnen. Also bei 55.000 und bei 51.000 Dollar. Das sind die Orte, wo ich meinen Trade hochskalieren kann. Und ich mache das Ganze auf Evo. Auf einer dezentralen Exchange. Ich habe auch gestern oder vorgestern ein Video dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert. Also ein Tutorial. Schaut euch das Ganze unbedingt mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also nochmal bei 55.000 und bei 51.000 Dollar werde ich weitere Trades, weitere Positionen zu meiner jetzigen Position hinzufügen, die ich hier an dieser Stelle aufmachen werde. Ich mache also wie so einen kleinen Dollar-Cost-Average, den ich auf dem Weg nach unten immer weiter hochskalieren werde. Meiner Meinung nach würde nämlich Bitcoin früher oder später höhere Preise sehen. Irgendwann Ende des Jahres spätestens und vor allem im Jahr 2025 werden wir viel, viel höhere Preise sehen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Lasst uns mal abwarten, ob das der Fall sein wird oder nicht. Denn wie ich bereits gesagt habe, die traditionellen Märkte laufen ja eigentlich ziemlich gut. Okay, und worauf müssen wir jetzt überhaupt achten? Es werden heute weitere Daten veröffentlicht und die Fed sagt, dass sie sich mehr Sorgen um die Beschäftigung machen wird. Die machen sich also momentan mehr Sorgen um die Beschäftigungslage und die Arbeitsplätze als über die Inflation. Wir werden also heute Arbeitsmarktdaten veröffentlicht bekommen. Die könnten oder werden mit Sicherheit auch einen großen Einfluss auf die Märkte haben. Wenn wir jetzt mal weitermachen, dann kann man sehen, dass die US-Regierung tatsächlich auch wieder Bitcoin im Wert von ungefähr 600 Millionen Dollar zu Coinbase Prime transferiert hat. Das hat den Markt also ebenfalls aufgeschreckt. Verkaufen die diese Bitcoin? Warum schicken die diese Bitcoin zu Coinbase? Die könnten die verkaufen, ja. Was allerdings noch wahrscheinlicher ist, ist, dass sie die einfach nur verschoben haben, weil Coinbase diese Bitcoin für sie verfahren wird. Falls ihr das nämlich nicht wisst, es gab im Juli eine Ankündigung, die besagt, ja, am 1. Juli sogar, und diese Ankündigung hat besagt, dass die USA Coinbase als Kryptoverwahrungslösung nutzen wird. Das könnte also der Fall sein, ob sie die verkaufen werden oder nicht. Das werden wir wohl mit der Zeit herausfinden, aber fürs Erste würde ich, um ehrlich zu sein, nicht allzu sehr darüber aufgeregt sein. Worüber ich mir mehr Sorgen machen würde, ist, dass Donald Trump scheinbar die Wahl gegen Kamala Harris verlieren könnte. Schaut mal, wir haben hier 45% zu 54%, was natürlich keine gute Sache für Krypto ist, weil er sehr viele positive Sachen für Krypto versprochen hat. Und nochmal, es steht hier momentan 45 zu 54, obwohl Donald Trump zu einem gewissen Zeitpunkt ja einmal eine 70%ige Wahrscheinlichkeit hatte, zu gewinnen, damals noch gegen Biden. Ist also eine schlechte Sache für den Kryptomarkt. Lasst uns mal abwarten, ob wir vielleicht nicht, vielleicht doch ein großes Comeback haben können. Es sind ja immer noch 82 Tage Zeit, aber irgendwo läuft die Zeit doch schon ab und naja, wir müssen einfach mal abwarten. Aber so stehen auf jeden Fall momentan die Chancen. 45 zu 54. Also wir werden mal abwarten. Und im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Passt unbedingt auf, wenn ihr heute mit Hebel trainen möchtet, weil es gibt wichtige Daten, wie bereits gesagt, die mit Sicherheit einen Erfluss auf die Märkte haben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.